Erziele aufeinanderfolgende Eliminierungen bei gegnerischen Spielern ohne Kondition zu verlieren. Wie ihr seht, habe ich 70 Schild und 100 Leben. Ich würde euch empfehlen, für diese Aufgabe die Schilde voll zu machen, damit ihr da keine Kondition verliert. Wie ihr seht, nach der zweiten Eliminierung habe ich immer noch volle Kondition. Für diese Aufgabe müsst ihr rechte Spieler eliminieren, Wachen und NPCs zählen nicht.